Hallo, wie ich schon sagte, kommt jetzt mein Abo-Beats, ja, tut mir leid, gestern hatte ich viel zu tun, da ist mir was dazwischen gekommen, ich war mitten in der Aufnahme, ja, da kommt mir was dazwischen, jetzt mach ich's nochmal, mir kommt nix mehr dazwischen, ich hoffe ihr versteht das, ich hab inzwischen 26 Abonnenten, naja, äh, ja, wie schon gesagt, es geht hier um mein Lieblingsprogramm, welches das ist, das werdet ihr nun gleich sehen, ich hab hier was Kleines für euch vorbereitet, ich werd jetzt einfach mal die Klappe halten, ihr könnt es euch in Ruhe ansehen, viel Spaß damit, das ist sicher, ich habsen, ich hab hier ein Hallo, ich hab hier, es хот ihr auch diese Videos, wie wir gesagt, es geht hier um his Roadmctorar, was es glaube ich hier nicht, die Klappe halten, Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020